Hallo, hier bin ich am Schullauer Perhaus in Wedel bei der Schiffsbegrüßungsanlage. Welkommen höft! Alle einlaufenden und auslaufenden Schiffe werden hier begrüßt. Es wird jeweils die Landesflagge gehisst, es gibt eine kurze Ansprache und es wird die Nationalhymne gespielt. Ein Beispiel findet ihr im Bemerkungsfeld. Dort befindet sich ein Link und da habe ich das einmal für euch aufgenommen, wie sowas vor sich geht. Jetzt seht ihr hier die Umgebung in Wedel, Schullauer Perhaus, Welkamm Höft. Viel Spaß! Schullauer Perhaus Schullauer Perhaus Schullauer Perhaus 1. poco Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020